So geht's direkt weiter Ich hab noch einen Schluck getrunken Ja, letztes Mal haben wir Doreen Daily eingenommen, weil die Rebellen echt genervt haben mit ihren ständigen Angriffen Ich will nur überlegen, sollten wir Habes angreifen? Das werden wir anders machen Ja, das werden wir ganz anders machen, weil die Schiffe gut sind gegen Weil die Schiffe da extrem Ach, scheiß drauf Weil die Schiffe da recht stark gegen größere Schlachtschiffe sind Dann wollen wir mit den Beinen hier zusammen angreifen Einfach mal so zur Notfall kann ich den wieder bauen Geht ja nicht die Welt unter Oh, ey Du weißt hoffentlich, ne Ich hab nur noch 5 Planeten, ne Konstruktion abgeschlossen Der hilft euer Geld langsam auch nicht, ne Konstruktion abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen Die Nova Kreuzer Die Nova Kreuzer Oh, Entschuldigung Oh, was ist das denn? Danke für die Gesundheit gesagt Boah Nebulan Beatregatte hier Alter Puh Heftige Scheiße Aufbau hat begonnen Konstruktion abgeschlossen Puh Heftig Gebäude wird errichtet Ja Aber wir werden hier noch grad gucken Oh 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 Ach so Boah Eine Wischung aus den beiden und so weiter Hier kann man noch eins aufrüsten Weiß ich noch ganz genau, ob ich mehr hab Konstruktion abgeschlossen So So Heaps gegen Heaps wagen Oder auf Heaps Also wie gesagt Nein Äh Mit den beiden Flotten angreifen Ich hoffe das reißt Weil das wird Also ich hatte die Map mal gespielt Also Ach so Ähm Den Die Raumschlag, die war recht stark Also ein bisschen auch teilweise schwer Ja, stark und schwer Konstruktion abgeschlossen Aufbau läuft Ja Ja Speichern wir nochmal Und dann einfach drauf zu Warum sollten wir uns eigentlich noch warten Bis die Binder am Planeten hier fertig sind Bewegung So, ich hoffe wir schaffen's Falls nicht, hab ich Pech gehabt Taktisches Gefecht steht kurz bevor Japp, dann geht's mal los Ja, hapanische Schlachtdrachen, die sind geil Ich hoffe die können wir aufbauen Da hinten haben wir schon Was Gerechtgesinnt Die haben eine Ionkanone gesetzt Ja, da haben wir alles Das erwartet uns alles Verstanden Sofort Diese Nachzügler sind uns im Weg Beseitigt sie, damit wir unsere Bodeninvasion beginnen können Fuck, die haben Hyperraum geschützt und Melde mich wie befohlen Sternenzerstörer in Bereitschaft Sternenzerstörer hier Tja Müssen wir das mal so machen Ah, der hat nicht getroffen Maximale Einheitenkapazität erreicht Ach, wir kriegen die hier noch Ja, Commander Unterwegs Weiß Ich hau mal alles jetzt raus, weil die das genau so machen werden Vielleicht wird's ja doch nicht so schwer, aber wir hauen jetzt erstmal direkt alles raus an Sturm Beginner Angriff Positionsänderung Das ist unbedingt hier vorrücken, dass wir das Hyperraum geschützt dagegen was zerstört Ah, das schießt auf unser Flaggschiff Wieso bewegst du dich denn nicht? Hör ich ab Wir werden als Ziel erfassen Dann los Ja, hier ist einiges los Oh, wir haben auch schon einiges zerstört durch den Sturm Ah, das ist ein Massaker hier Ja, einiges hier, heftig, heftig Man, kannst du dich mal bewegen? Das zerstört uns gleich, du Affe Mein Gott Pennt er da erstmal ne Runde rum Ich glaub's echt nicht, ey Na, es geht jetzt Na gut, hier unten kommt wieder Nachschub, ne Können wir uns mal angucken, die japanischen Schlachter Tobeläser, Tobeläser Ja, so ein Schnitz, was ist das denn überhaupt? Ja, so ein Schnitz, was ist das denn überhaupt? Alter, krass Es geht doch bis jetzt Durch diesen flotten Boost Scheiße, wir können keinen Ich sag, wir machen das anders Fuck, wir können das nicht auf Gebäude setzen Ja, da ist jetzt eh nicht so schlimm Schieß mal den anderen jetzt Dass sie keinen Sturm einsetzen, das rudert mich jetzt echt Bei mir haben sie mal einen Sturm eingesetzt Ach, das ist unser Ziel Wieso kannst du denn keinen Sturm machen? Warte, ich mach das mal so Konzentriere die Feuerkraft Beginne mit dem Angriff Ha Schnell, 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 mach's kaputt Ja, natürlich, jetzt schießt du überhaupt nicht mehr Ja, du bist echt gut Ah, wir hätten ihn besser aufteilen müssen Besser aufteilen müssen Ah, wenn der noch entkommt, wär das geil Jetzt komm doch mal hier unten hin, ey Das kann doch nicht so schwer sein Dein Kollege stirbt hier, aber du penst da oben eine Runde Tja, jetzt wollen wir unbedingt das Schiff jetzt auch stören Ah Wollen wir mal hier rüberkommen Wollen wir mal hier rüberkommen Ah, kacke Warum zieh dich doch mal zurück Euer Befehl sah Ich hatte die heftige Einerung, aber haben auch viele Geschichten Schütze weht, Alter Guck mal, das Ding ist voll So, jetzt gehen wir erstmal hier durch Wollen wir das mal auf Zieh dich doch mal zurück Du hilfst mal deinen Kollegen, ne? Mach zu, dass du den hier zerstörst Ja, er könnte auch keinen Sturm machen wieder Ich auch, dreh dich mal um zu stimmen, er denn Der hat doch einiges hier los Ja, na gut, das geht trotzdem noch Fast noch ein Flottenschiff ist verloren, wenn der mal endlich mal da abhauen würde Und du mal hierher kommen würdest, um denen mal zu helfen Aber nein, du penst da oben die Bande runter Ich habe ihn nahe Ach, hier müssen wir den Ja, gut, die Raumüberlegenheitsjäger sind heftig Verstand Konzentriert das Feuer auf den Schildgenerator Ist das eigentlich nochmal an den Jaminfelder Oh, du zerreißt das Ding Ah, ey, ja Das ist ne, er ist ein gegnerischer Ja Na, wenigstens haben wir es geschafft endlich, Herr Yps Dann fehlt bald nur noch Duo Möchtet ihr mal bitte hier oben helfen? Achso, die Bomber, ihr könnt da rauf gehen Seit wann haben Minen eigentlich Schilde? Die Schilde sind nach rechts zum Befehlsempfang Oh, oh, da Ach, da oben Ja, ich verstehe nicht, was machen die denn? Da könnt ihr mal bitte die Raumüberlegen, heißt Jiger, als er stört Ja, ja Geht mal da unten hin Ach, man, naja Der macht... Boah, wie viel der aushält? So ein kleines Geschwader Alter Alter Magst du mal jetzt bitte da unten hin gehen? Danke Machst du mal jetzt bitte da unten hin gehen? Danke Ja, die, äh, Geschütze halt, ne? Heftig Das hatte ich auch nicht direkt gemacht, als ich beim anderen Mod gemacht hab Äh, als er schon mal gemacht hab, ich hab die Dinger nicht direkt zerstört, die haben richtig viel Schaden gemacht Aber war schon doch ganz schön heftig Bestätigt Das haben wir, aber da oben haben wir noch napanischen Schlachtdrachen Äh, was... Ah, das sind... Das sind Feinde Mann, die Kacke hier kaputt ist jetzt Ich mach's mal einfach schnell Ah, guck, die setzen auch Sturm ein Er schießt auch nochmal drauf Spar dir deine Munition So, was haben wir denn hier noch? Oh Verstanden Da kommt noch was Hier war noch nicht genug Zerstände den echt noch, ich krieg'n Krampf Tja, zerstände den echt noch Oh, warte mal, ich kann mal versuchen, gezielt versuchen auszuweichen Weil die zerstört sind, haben wir eh gewonnen Warte mal Sternenzerstörer in Bereitschaft Dann los Sternenzerstörer hier Ja, Commander Erbarke Befehle Los, weiter Immer schön Dreh dich, damit die Kugeln... äh... Ja, mach gar nichts mehr Der hier bestätigt Der hier bei Unterwenden Hat er noch geschafft Wieso dreht er sich dann auch nicht mehr? Der macht ja gar nichts mehr Na, haben sie wenigstens ohne Verluste geschafft, ey, das war heftig Oh, gut neun Minuten Endlich geschafft, die Kacke Alter Einheit wird produziert Jo Haben wir den Glück gehabt, dass wir direkt... ich glaub wir haben direkt übertrieben mit Sturm Und haben wir schon richtig viel an den dicken Schiffen abgeschossen Konstruktion abgeschlossen Gegnerische Flotte im Anflug Oh, jetzt wollen sie nach Tatooine Fahrzeug wird produziert Ja, sollte doch Ich trinke noch mal einen Schluck Ja, ist gut, sieht zu, dass du mal Dank gewinnst Konstruktion abgeschlossen So Heeps Sieht schön aus, die Karte Aber wir werden uns mal angucken müssen, wie die aussieht mit einer Spionagedrohne zumindest am Boden Seht eure Verstärkung Ja, wir haben uns mal Die Die Das ist ein Oh, was ist das zum Kotzen Gucken, schafft ihr es da hinten runter? Ja, da habe ich schon, ja, direkt abgeschossen, nice. So furchtbar, man. Oh, da habe ich das feindliche L-RT-Schiff. Ja, schön, dass ihr das, ich wollte schon sagen, nicht treffen könnt. Ist das Piratending so unten? Ah, anscheinend ist das da unten. Dann rücken wir direkt hier unten hin vor. Ja, wir haben das da unten. Dann geht mal hin, da weißt du, das ist scheiß auf den Punkt. Wenn das nämlich direkt hier unten ist, nehmen wir das Ding mal direkt ein. Das war Schwachsinn da extra, äh, das ist halt da unten hin zu fliegen, wenn der Stützpunkt hier ist, weil der hat die ganzen Fahrzeuge herkommen. So, du kannst mal die Leute da töten. Ja, dann haben wir Sumpfgleiter. Und Artillerie-Panzar, alter, alter, alter. Boah, die machen aber Schaden, ey, ohne Scheiß. Mann, Mann, Mann. Komm, den Jäger könnt ihr aber aufschießen. Ich dachte gerade, hier unten wäre das. Aber hier, hier muss das ja sein. Oder es ist hier unten. Komm, link, aktiv. Es ist anscheinend wohl hier unten. Alter, was hat der gerade so viel Schaden? Ah, der. Ja, da ist was da unten. Tja, was war's mit hier? Wieso können wir nicht mit Turbulisern auf den Boden schießen? Komisch. Tja, das war's jetzt auch. Obwohl, der hat, oh, der hat doch noch einiges hier, aber der hat keine Flughafter. Und auch nur veralterte Kampfläufer. Ja. Zack, alles kaputt. Das war's auch mit dem Piratengebäude. Jetzt haben wir da oben noch einen Gleiter. Ach, da unten haben wir noch was. Ach, Mann. Warum muss der sich denn hier unten verstecken? Na gut, das kriegst du vielleicht selbst kaputt. Tja. Das war's jetzt. Gott sei Dank. Jo, damit hätten wir Heaps auch von der Liste. Ich glaube, das... Ne, ein... Ja, das war, glaube ich, der letzte Planet der Piraten jetzt. Ich weiß, ob das auch noch zu Piraten fehlt, weil es bedau ist. Tja, haben wir die Black Sun komplett vernichtet. Ich glaube, wir können auch nur, glaube ich, die Rebellen bauen. Oder das ist ein Konsortium. Jo. Boah, shit, das hat auch den Fehler gemacht. Mit riesigen Super-Schenfer-Störern kam es mit zwei an. Und, ups, das haben wir jetzt. Ich habe schon einmal gezeigt, dass die, ja, recht, sehr schlechte, wie diese kleinen Schiffe. Ja. Herzliches Gefecht steht kurz bevor. Achso. Das kann sein, der ist da oben. Jo. Dann nochmal auf Tatooine, weil so schön ist. Na gut, zum Schluss kann man das nochmal schnell machen. Tatooine. Hier kam doch, glaube ich, auch Anakin, ja, ne? Also hier wurde Anakin, Anakin von Qui-Gor Jinn, ja, mitgenommen sozusagen. Ja, war doch so, ne, Tatooine. Da haben sie doch auch diese Rennen gemacht. Oh, ich rede grad Bullshit, kann auch sein. Ich bin mir sicher, dass das auf Tatooine war. Weil sie es kennen, könnte ich es ja schreiben in die Kommentare. Ich bin mir eigentlich absolut sicher, dass das Tatooine war. Äh, was ist gefährlicher, was ist gefährlicher? Ich bin mir sicher. Ach, egal eigentlich. Eigentlich, scheißegal, kann man eigentlich noch was aufrüsten? Das hab ich übrigens bei den anderen Dinger vergessen, da aufzurüsten. Tja, unser Kopfkäppo losbringt uns jetzt nichts mehr. Tja, unseren Hangar haben wir auch verloren. Ich hab auch mir doch schnell mal so eine Miniatur goldern. Kannst eigentlich mal hier wechseln, die fliegen viel schneller und machen auch viel mehr Schaden. Mal hier. Ich kenn das nämlich, dass die gerne einfach mal in das Schild abschießen. Alter, der will sich den echt schnappen mit den Raketen. Tja, unser Miniatur goldern Schützen ist auch gleich fertig. Konstruktion abgeschlossen. Da ist jetzt fertig, jetzt kann sie auch mit drauf schießen. Roger bestätigt. Yo, ist klar, habe ich nicht gerade das Schild aktiviert? Ich hab überpowered die Helden, ich sag's euch. Energie auf die Schilde. Gerakam in Angriffsposition. Na, dann hat's hier so eine kleine Miniaturgolem, die kann auch mit reinrotzen. Maximales Feuer! Angriff auf dieses Ziel. Wartest du mal hier mit drauf, dann viel scheiß Augen ist auch da. Konzentriere die Feuerkraft. Raste mal aus, noch einmal auf. So. Erwarte Befehle. Jo, das war's mindestens jetzt. Information, wir sind bald da. Was haben wir ja noch, der überpower, der überpowerte Held natürlich. Und noch ein paar von diesen kleinen Dingern. Du triffst doch gar nichts. Schieß auf die Kla-Ding hier. Boah, was laut ist dieses Ding. Zumindest übernürfen im Headset. Naja. Tötet dieses Arschloch hier. So, dass wir nicht selber power, das will ich nicht tun. Oh, die kämpfen noch gegen V-Wing. Nee, Y-Wing. Also im Sun-Wing eigentlich. Erfolge gegnerische Kräfte. Naja, zieht zurück. Einen Y-Wing zieht sich zurück. Naja. So. Ich muss mal sagen, bleib nicht den Part hier. Und wir sehen uns dann gleich oder im nächsten Part. Tschüss.